Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir Super Fun Ball Orbi. Das wurde mir von Roblox Felix empfohlen. Viel Spaß! Dann guck ich mir das jetzt an, weil das Gimmick gefällt mir schon. Welcome to Roll. Ah, ist ja auch egal. Oh Gott. Ah, aber das gefällt mir. Das ist eine schöne neue Movement Mechanik. Vor allem Movement Mechanik, das bewegt sich alles ziemlich genauso wie hier... Wie heißt dieses Spiel? Super Monkey Ball. Nee, nicht Super Monkey Ball, sondern... Tomato Drones. Nein, das wo man eine Kugel spielt. Und so durch die Geschichte durchrollt. Rock of Ages. Rock of Ages, ja. Ja, das fühlt sich an wie Rock of Ages. Das ist genauso klobig, die Steuerung. Das gefällt mir voll. Rock of Ages hat die Steuerung von Super Monkey Ball geklaut. Ja, true. Was ist Super Monkey Ball? Das hast du nicht gespielt? Nee, wahrscheinlich ein altes PC-Spiel, weil das sagt mir irgendwie was. PC-Spiel, Konsolenspiele. Das ist ein altes Konsol, ja. Das ist sowas wie von der Wii oder so. Oder von der Gamecube. Du bewegst dann einfach nur das Spielfeld, sodass du dann am Ziel kommst mit deinem Ball. Du bist einfach nur ein Ball und du bewegst halt das Spielfeld. Okay. Nach vorne, nach hinten, nach links. Also hat Super Monkey Ball die Steuerung von diesem Spiel hier geklaut. Hier kann ich nicht jumpen. Okay, ich verstehe. Das ist ja voll die Herausforderung, wenn ich hier nicht jumpen kann. Ja, aber es gibt manche Sachen, wo du jumpen kannst. Ja, ich weiß, wenn da Jump steht. Ja. Nein, ich bin rübergefallen. Ich bin so schlecht in dem Spiel. Ich wünschte, ich könnte es mit Ton spielen, aber ich weiß halt nicht, wie man die Musik ausmacht. Gibt das hier irgendwo? Es gibt halt keine Settings. Warum steht das Settings Coming Soon? Warum tust du mir das an? Bin ich auf Home? Ich verstehe es nicht. Wie kann man die Musik ausmachen? Ich glaube gar nicht. Das ist so traurig. Nee, kann man nicht. Kann man nicht. Wie soll man den Stream abonnieren? Den Stream könnt ihr nicht abonnieren, aber meinen YouTube-Kanal könnt ihr abonnieren. Abonniert mal den Stream. Genau, abonnieren. Den Stream könnt ihr liken. Oh, geschafft. Oh mein Gott, soll ich da lang oder soll ich da lang? Also das hier ist ein Umweg. Ah nee, da kommt man ja gar nicht hoch, weil man ja gar nicht rüber springen kann. Anton ist in der ersten Welt und struggelt schon. Ich struggle nicht. Ich lass mir Zeit. Ich will das Spiel genießen. Genau. Anton weiß nicht, wie es weitergeht. Doch, ich weiß, wie es weitergeht. Ich weiß, wie es weitergeht. Ich kenn mich aus. Einfach schlecht, ja. Jumpt der eigentlich von alleine oder muss ich leertastisch drücken für den Jump? Nee, er springt von alleine. Oh, nice. Nein! Das wäre auch ein bisschen komisch, wenn man nicht blöd oder so. Das Jumppad, das war gerade viel zu stark. Das hat mich über die Map katapultiert. Okay. Wer ist dein Roblox-Club? Der heißt Club-Based und ist in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch T-Shirts kaufen. Ja, da könnt ihr euch T-Shirts kaufen. Oh, man kann ja gar nicht springen. Ich vergesse immer, dass man nicht springen kann. Dann spring nicht. Und diese RC-Coins, die muss ich auch aufsammeln, oder? Nicht unbedingt. Nee, musst du nicht. Das nur... Ich hab sie auch immer liegen lassen. Nein, die Plattform dort geht gleich weg. Oh, die kommt gleich zurück. Warum flackert die, wenn sie zurückkommt? Naja, ist ja auch egal. Ach ja. Die kleinen Kerle sind voll cute. Ja, das ist eigentlich voll cool gemacht mit diesen kleinen Charakteren. Und dann, du kannst auch deine Skins ändern. Oh mein Gott, ich kann meine Skins ändern? Wahrscheinlich über dieses Home? Dann ist dein Charakter anders. Oh mein Gott, kann... Ist das kostenlos? Ah, nee, das kostet 200 Coins dann. Und Coins sind easy zu bekommen. Desto weiter im Spiel, bist du mehr Coins halt, ne? Okay, dann muss ich halt ein bisschen weiterkommen. Dann fahren wir jetzt einfach mal fort. Wer hat euch das Spiel vorgeschlagen? Oder war das einfach irgendwo... Louis hat's random gefunden. Also war es irgendwo wahrscheinlich Werbung für, weil Louis... Louis klickt immer auf die Werbungen und so. Nein, Louis hat einfach Ball-Ombi gesucht und fertig ist. Okay. Nein, ich hab's nicht geschafft. Jetzt hab ich's geschafft. Oh mein Gott, ich bin so gut in diesem Spiel. Ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr besser seid als ich in diesem Spiel. Das kann echt nicht sein. Ich hab jetzt Bock, Rock of Ages zu spielen. Habt ihr Rock of Ages? Ja. Nein. Wo hab ich das? Ich hab irgendwie jedes Spiel. Ich glaub aber, ich hab nicht... Nee, ich nicht. Ich nicht. Rock of Ages hab ich, glaub ich, nur wegen Louis. Aber ich hab sogar Rock of Ages, aber das ist das Falsche. Ich hab Rock of Ages 3. Das hat keiner von euch. Äh, Rock of Ages 3. Ich dachte, es gibt nicht mal Rock of Ages 2. Wir haben aber immer Rock of Ages 2 gespielt, Anton. Das war Rock of Ages 2? Ja. Und was ist Rock of Ages 1? Das ist gefühlte... Oh stimmt, wir haben... Doch, wir haben Rock of Ages 2 gespielt. Okay, okay. Und was ist Rock of Ages 3? Wahrscheinlich wieder das gleiche. Ja, aber mit neuen Rocks und neuen Ages. Mhm. Stellt euch vor, neue Rocks und neue Ages. Ich hätte Bock auf neue Rocks und neue Ages. Ich brauch Schwung. Oh. Warum bin ich... Warum sag ich, ich brauch Schwung und lass dann bei dem Schwung nach? Pony, du... Tada. Oh, lol. Da hätte ich nicht rüber gesollt. Was ist das hier? Was ist das da? Lol. Das flippt das Ding hier. Ich verstehe. Warum gibt es ja solche Mechanik? Wie viele Rocks hast du? Keine Ahnung. Das müsstest du dir eigentlich am Stream am Anfang noch gesehen haben, oder? Naja. Pass auf, wir kommen Totenköpfe runter. Die sind gruselig. Warte, Victor, was streamst du gerade? Gar nichts. Okay. Was steht da? Da steht was. Ich bin in Welt 5. Coral Canyon. Schwierigkeitsgrad Standard. Okay. Hui. Ah. Okay. Äh, war noch nicht am Anfang... War noch nicht da am Anfang vom Stream. Hey, dann kannst du ja zum Anfang zurückskippen. Oh, stimmt. Ich weiß, ich bin immer so smart. Ich hab immer die schlauen Ideen. Wie diese Idee hier einfach abzukürzen. Easy. So. Und dann können wir hier easy rum. Bisschen Golf spielen, sag ich immer. Bisschen ja wirklich immer. Ja, ich sag das immer. Ich kann mich an keinen Moment erinnern, wo ich das mal nicht gesagt hab. Loh, ich wurde runtergekickt. Jeden Tag. Loh. Muss man in Rock of Ages manchmal auch Treppen hochrollen? Ja. Ich glaub nur, wenn der Gegner ein Treppen aufgebaut hat. Yay. Pony, willst du Freunde mit mir sein in Roblox? Nein. Nein. Willst du einfach Freunde mit mir sein in Roblox? Das wär ja ziemlich peinlich. Der hat mit der Roblox, Freunde. Real talk. Oh, hier ist Käse. Oh mein Gott. Liebe Käse. Ja, ich bin durch den Käse durchgerollt. Okay. Hier geht's lang. Oh, ist doch schön, dass wir überall Pfeile sind, die mir sagen, wo ich lang muss. Oder einfach so ein Ritter aus Legend of Zelda, I guess. Weil zumindest ist so ein Zeichen auf seiner Schulter. Oh. Hä, was hab ich mir dabei gedacht? Bin ich dumm? Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht. Ui. Ist YouTube schwer? Nö, YouTube ist nicht schwer. Ist nur zeitaufwendig. Und ihr müsst halt all diese ganzen Sachen können, die man so können muss. Wie zum Beispiel, ähm, Zeug. Aber sonst ist YouTube nicht schwer. Ähm, während ich so ein Roblox-Obby-Spiel spiele, wo ich einen Ball rolle. Aber ich glaube, ich mach YouTube gerade auch gar nicht so gut. Weil ich kommentier kaum. Einfach, lol. Einfach, weil das Spiel mir zu viel Spaß macht. Warum sollte ich kommentieren, wenn ich gerade hier voll Spaß habe an dem Spiel? Intermediate. Oh mein Gott, das sind schwere Level. Hier muss ich denken. Oder wie? Warte, bouncen die? Jo, die bouncen. Verstanden. Dann muss ich hier rauf. Und hier ist ein Fahrstuhl, wie nett. Dann fahr ich hier rum. Ey. Ey, nimm mich mit. Nimm mich mit. Dankeschön. Ja, mitnehmen, hab ich gesagt. Dankeschön. Weiter geht's. Ja, ich bin abgefallen. Nein. Wie heißt das Spiel? Das Spiel heißt, äh, Crazy Ball-Obby? Please? Super Fun Ball-Obby heißt das Spiel. Oh, das macht super fun. Oh, das ist eine Ball-Obby. Könnt ihr euch das fassen? Also, ich kann's nicht fassen. Ja. Nein, ich bin runtergefallen. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Ich bin schon wieder runtergefallen. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Ich bin fast schon wieder runtergefallen. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Nein! Ich darf nicht zu viel Schwung nehmen. Das muss man ja richtig hier abmeasern. Dann will ich nicht. Wenn das schwerer wird, dann will ich das nicht mehr spielen. Ich will gut sein. Oh, lol. Ich vergesse immer, dass diese Bounce-Teile da bouncen und so. Bounce. Und Bounce. Und nein! Oh, das könnte ich machen. Ich könnte diesen Coin mitnehmen. Das will ich machen. Ich will den Coin haben. Oh. Und boing. Boing. Und jetzt genau. Ableihen. Und boing! Oh, viel zu weit. Lol. Ich dachte, ich brauche voll viel Schwung dafür. Na gut. Dann brauche ich wohl nicht so viel Schwung dafür. Und boing. Gemäßigt. Ah, zu wenig. Ich will jetzt diesen Coin haben. Und wenn ich ihn nicht kriege, dann bin ich traurig. Hä? Was ist los mit mir? Warum ich... Hä? Ich habe irgendwie zwischenzeitlich vergessen, dass ich den Coin haben wollte. Nein! Kannst du Pet Simulator X, please? Ne, ich habe vorhin schon Pet Simulator X gespielt. Ah, warum schaffe ich das nie, diesen Coin zu kriegen? Jetzt aber, please, please. Jetzt habe ich ihn aber berührt, oder? Also, er ist nicht weg. Er ist immer noch da. Ach, das hätte zählen sollen. Noch einmal. Okay. Jetzt war es zu wenig, oder? Ja, das war zu wenig Schwung. So. Nein, ich... Ah, das war wieder schlecht. Jetzt aber, please. Noch ein Versuch. Ein letzter Versuch. Wenn das nicht klappt, dann mache ich weiter. Das hätte doch... Na gut. Ich mache weiter. Ich habe keine Ahnung, wie man diese Coins kriegt. Du weißt es nicht. Also mache ich jetzt einfach weiter. Wo muss ich hier dann? Ich muss da rauf. Ah, ich muss da außen rauf, verstehe. Innen bringt mir gar nichts. Oh, Leute. Kannst du mich grüßen? Was kriege ich dafür? Offensichtlich nichts. Oh, ich muss abbremsen an der Stelle. Leute, an der Stelle muss man abbremsen. Wie peinlich ist das denn? Ich habe trotzdem nicht genug gebremst. Lol. Man muss abbremsen und lenken. Und bounce. Da bin ich. Ah, jetzt ein Checkpoint. Wo ist der nächste Checkpoint, please? Nächste Checkpoint, please? Da vorne ist der nächste Checkpoint. Oh, die nächste Region. Jetzt sind wir angekommen in Sunshine Bay. Und die ist schon schwer. Oh, schwer gehört sich ziemlich schwer an, um ehrlich zu sein. Bounce. Bounce. Ist das Treibsand? Oder warum muss ich hier bouncen? Oder sind die Bouncer da einfach nur als Schwierigkeitsgrad? Oh, lol. Ich muss da gar nicht hin. 100 Euro? Ui, 100 Euro. Das ist eine Menge. Ja, dann grüße ich dich natürlich, Timon. So. Boing. Boing. Oh Gott, der will mich klatschen. Ich habe gerade so Panik bekommen, als ich... Lol. Ich bin schon wieder runtergefallen. Ich bin voll schlecht in dem Spiel. Ich wette, ihr seid alle viel besser als ich. Und ihr wollt mich gerade dafür töten, dass ich so schlecht bin. Kannst du mal bitte Mega-Müll... Mega-Müll-Rücken-Gorilla sagen? Nee, warum sollte ich sowas sagen? Hä? Voll dämlich, sowas zu sagen. Das klingt wie... Das klingt ehrlich gesagt wie etwas aus einem Die-Wilde-Kerle-Film. Der Mega-Müll-Rücken-Gorilla. Nee, ich sammle diese Coins nicht ein. Ich traue diesen ganzen Coins dann nicht mehr. Wie viele Coins habe ich eigentlich? Ich habe 420 Coins. Das heißt, ich kann mir endlich einen neuen Skin leisten. Oh mein Gott, aber der Skin passt gerade so schön zu dieser Welt. Seht ihr das? Das ist so schön. Boing. Boing. Nein. Boing. 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 Nein. Boing. 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 Okay. Okay. Ich darf nur hier runter. Okay, wenn die mir das so sagen, wird das wohl so stimmen, ne? Ah, lol. Das geht ja richtig schnell. Wie alt bist du denn? Ah, ich weiß nicht. Ich biete 1000 Euro und eine Xbox. Ja, bei 1000 Euro und einer Xbox bin ich inzwischen immer ziemlich skeptisch. Weil ich habe gehört, Roblox Felix hat die 1000 Euro und die Xbox immer noch nicht an Louis gezahlt. Haa. Naja. Oh, ich habe voll Bock, das Spiel weiterzuspielen. Ich habe das Gefühl, das bietet wenig Unterhaltungswert für euch. Schreibt mal, ob ich hier weiterspielen soll, weil ich finde es gerade ziemlich entspannt. Aber ich habe auch das Gefühl, ihr interessiert euch nicht so sehr dafür, weil ich rede ja kaum mit euch. Ihr könnt natürlich auch mehr Fragen in den Chat schreiben. Kann ich darauf eingehen? Ah, hier muss ich einfach durchfahren. Lol. Wo soll ich das denn wissen? Perfekt. Easy. So. Kroki Carnival. Das ist eine Threatening-Welt. Wenn ihr meint. Also ich finde es bisher ziemlich easy. Pff. Und das nennt ihr Threatening. Ui. Muss ich mal kurz vorbei? Und hier darf ich... Hier muss ich dann rüber. Ah, nee. Da kann ich da hinten rum. Okay. Sag das doch. Sag doch, dass ich hier hinten rum kann. Lol. Warte, ich glaube, ich habe die... Ah, ich weiß nicht, ob ich die mitgenommen habe. Was passiert, wenn ich die Dinger berühre? Nichts. Na, wenn es nicht mal Kill-Parts gibt. Kill-Parts würde ich tatsächlich in dieses Obby ziemlich nervig finden. Weil man kann seinen Charakter schlecht kontrollieren. Dann finde ich es ziemlich deprimierend, wenn es Parts gibt, die einen halt killen. Hopp, hopp. Und hopp. Und hopp. Nein! Als ob ich beim letzten Sprung... Oh, lol. Ich habe es geschafft. Ist ja richtig nett, dass ich es schaffe. Und da gab es gerade einen Kill-Part. Weiter. Kannst du mich grüßen? Gebe dir ein, Bow-Bucks. Dann wirst du rich. Gerne. Leute, die hängen hier alle fest. Leute. Leute. Leute, ich muss hier mal... Entschuldigen Sie, Sir. Ich muss hier durch. Entschuldigen Sie. Ja, danke. Entschuldigen. Ja, danke. Ich muss hier nur kurz mal durch. Danke. Okay. Und jetzt hoch hier. Bam. Geschafft. Nein! Jetzt soll ich hier runterfallen. Moin, Meister. Moin, Zocker. Moin. Oh. Easy. Das war alles so geplant. Das ist ja voll easy hier. Also, ich weiß echt nicht, was die Leute für ein Problem haben. Lol. Ich habe so gut... So severin angefangen und dann habe ich einfach random in die falsche Richtung gedrückt. Ah, wisst ihr was? Mega geil. Ich gehe hier außen rum. Komm, hier will ich einmal probieren. Na, nee, komm. Ich lasse es sein mit diesen blöden Coins. Ich traue denen eh nicht. Whee! Bam. Okay, okay, okay. Dann bin ich halt langsam... Warte, wo führt mich das da hin? Was ist da hinten? Hinten ist ja gar nichts. Was soll ich da wollen? Warte. Kannst du Mad Murderer X oder Please Donate spielen? Ich würde dir was spenden. Mad Murderer X ist genauso wie Fortnite ein Spiel. Das würde ich eigentlich nur spielen, wenn andere Leute noch mitmachen würden. Und Please Donate... Äh, ich finde es irgendwo komisch, wenn ich jetzt einfach in Please Donate reingehe, damit ihr mir spendet. Ja, wäre ich eher ein Fan davon. Warte, ich muss da hinten hin? Okay. Dann muss ich mir hier wohl kurz ein bisschen... Blupp. Und... Blupp. Und... Blupp. Geschafft. So, habe null Robux. Das Leben ist hart. Ich habe vorhin gesagt, ich überlege, ob ich vielleicht nächste Woche einen Donate-Livestream mache. Also, wo ich euch Robux gebe. Wenn ihr schon in meiner Roblox-Gruppe drin seid, weil anders kann ich euch ja gar keine Robux geben. Aber vorher gucke ich mir einmal die Roblox-TOS an, ob die das denn wirklich verbieten. Loh, ich bin einfach runtergefallen. Ich idiot. Ich bin Sailor Moon. Wie geht es dir? Frage. Wenn ich das nur wüsste. Aber mir geht es so, dass ich jetzt endlich mal meinen Skin wechselkomme. Was ist denn der teuerste Skin, den es gibt? Warte, es gibt die hier. Wer ist das? Der kostet Robux. Okay, verstehe. 2.500 Coins. Für so Blocky Burton. Mr. Flimflam. Oh mein Gott. Ich muss Flamingo sein. Ich will Flamingo sein. Ja. Please. Jetzt muss ich in mein Inventory gehen und Flamingo dann equippen. Ich bin Flamingo, Leute. Ich bin Flamingo. Wie heißt der denn? Club-Based. Genau, richtig. Club-Based ist in der Videobeschreibung verlinkt. Aber ich überlege es noch. Ich weiß nämlich nicht, ob das konform ist mit Roblox-TOS. Muss ich halt gucken. Und. Ui. Ich dachte, ich schaffe das da direkt rüber. Pop. Und jetzt aber. Was? Und pop. Und jetzt aber. Jetzt habe ich es. Einfach rüber hier, hä? Wo ist denn da die Schwierigkeit? Einfach rüber, hä? Ach, komm schon. Ich muss das schaffen, wenn ich schon so eine große Klappe habe. Na gut, dann nicht. Jetzt schaffe ich nicht mal mehr das. Lol. Ui. Und. Puh. Ich frage mal Roblox-Felix. Wie kann man in die Roblox-Gruppe reingehen? So wie man in jede Gruppe reingeht. So. Ich frage mal kurz, ob Roblox-Felix Lust hat, mit mir Fortnite zu spielen. Weil wenn ja, dann wäre ich ziemlich glücklich. Und. So. Aber dann würden wir wahrscheinlich auch nur noch eine Runde spielen. Weil der Stream hat wegen dem ganzen Pets-Verschenken schon ziemlich lang gedauert. Oh, ich habe Bock hier zu skaten. Yeah. Portraits. Warte, kann ich hier einfach so. Ich bin die Erde. Guckt euch das an. Ich orbitiere hier rum. Und dann nehme ich gleich richtig viel Schwung. Und. Gehe dann raus. Dann hebe ich ab. Kommt schon. Ich will abheben. Ich will abheben. Abheben. Oh, ich schaff's gar nicht mehr abzuheben. Hallo? Please. Ich komm nicht mehr raus. Ich schaff's nicht mehr raus. Okay. Ich, ich nehme kurz ein bisschen Schwung raus. Ich dachte, ich schaff's hier einfach so wie in GTA so, dass ich jetzt richtig wegfliegen kann. Aber dafür hat die Kraft nicht ganz gereicht. Aber das macht Spaß. Das macht richtig Spaß, muss ich sagen. Ich bin kein Fan von Fortnite. Ich bin auch kein Fan von Fortnite, aber ich spiele jetzt ganz gerne. Ich bin, glaube ich, von gar nicht so ein richtiger Fan. Wovon bin ich ein Fan? Nein, was steht da eigentlich? Roll Call. Okay. Und dann wieder hier rum und dann hier durch. Ey, wer bist du denn? Leider stehen die Namen über den Leuten nicht drüber. Deswegen weiß ich nicht, wer die Leute sind. Naja, schade. Ich glaub, da kommt... Ah! Gleich ein Schilde. Der hat mich wegklatscht. Ich hab gerade in der Gruppe gefragt, wie es allen so geht. Also, ich guck überhaupt nicht rein, was die Leute in die Gruppe schreiben. Und ich glaub, das macht keiner von uns. Ah, was? Hier ist ein Labyrinth? Ja, easy. Dann kann... Wenn ich hier runterfalle, bin ich tot, oder? Ja, bin ich. Okay. Dann bin ich halt tot, wenn ich hier runtergehe. Dann hier rein und dann... Entschuldigung. Wie kommt man da hinten rum? Was soll das denn hier? Soll ich hier etwas Schwung nehmen, oder was? Muss ich wohl noch? Das war aber nicht sehr christlich, dass ich hier Schwung nehmen musste. Und weiter geht's. Ah! Ich wollte nicht ganz runter. Ich wollte von dort Schwung nehmen. So. Ich spiel jetzt rum. Denkomme Roblox-Victor-Obi. Dann viel Spaß dabei. Das ist einfach nur irgendeine Toolbox-Obi. Ah, das ist ja voll wenig. Ich bin nicht so schnell. Please, lass mir mehr Zeit. Please. Ich hab's geschafft. War easy, easy, easy. Hier muss ich langsam sein. Please. Please. Ja, easy. Oh, ich hab's schon wieder nicht geschafft. Ich bin voll schlecht. Ich nehm lieber den Weg. Der ist viel einfacher. Seht ihr? Voll einfach. Oh, ich hab's gar nicht geschafft. Okay, dann halt nochmal. Nein! Ich muss hier durch. Ich muss hier durch. Jetzt bin ich durch. Okay. Ah, ich muss da, glaube ich, ein bisschen mehr Schwung nehmen. Ab und... Ah, ein bisschen mehr Schwung nehmen. Ein bisschen weniger Schwung nehmen. Ich kann nicht aufhören. Ich wollte vorhin schon auffallen mit dieser Obby. Es ist nicht so schlimm. Kannst du bitte Shindo spielen? Shindo live interessiert mich auch nicht wirklich. Warum schaff ich das nicht mehr? Ich schaff's nicht mehr. Ich will nur noch diesen Sprung schaffen. Die Löcher bewegt? Nee, oder? Jetzt hab ich mir nur eingebildet. Sehr gut. Hihi. Oh. Nein. Nein, ich hab's schon wieder nicht geschafft. Okay. Naja, ich glaub, es reicht jetzt langsam mit dieser Obby. Ich komm an der Stelle nicht wirklich weiter. Und das Video dauert auch schon lang genug. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und... Ciao!